Die neue Mama Hi Kevin Servus Ich habe die Tante Rosina das Foto vom Waschungsumzug geschickt. Was? Ja. Wo kannst du denn das Problem? Du hast vom Internet. Kannst du mir da ein bisschen helfen? Mein Gott, ich bin sicher. Was weißt du? Zum Schiedschen wollen wir das dort. Am Telefon haben wir das drüber. Na klar. Alle. Was noch? Nehmen wir selber das mit den Tränken ziehen. Was ist das mit Blöpzi da? Blöpzi. Blöpzi, Manni. Blöpzi, Manni. Blöpzi, Manni. Ich muss mich helfen. Ich muss mich helfen. Ich muss mich helfen. Okay, ich muss mich helfen. Was ist das mit dem Schiedschen? Hallo? Boah, hau mal ab, du. Du musst nicht so schreien. Ich bin nicht genug. Okay, ich bin nicht grüßt. Jetzt nimmst du dem Schiedschen einfach die Maus dazu. Dann geht das mit dem Schiedschen. Katsch, Manni. Alter, nur. Jetzt kommst du ein. Für uns den Triebtisch. Was? Mit dem Schiedschen weg? Ach. Lernst nicht, wenn ich einfach davor wach sitz. Nein, Gott, nein. Ja, ja. Jetzt nimmst du den Abadabra rechts. Machst du einfach das Fenster runter. Was? Bin ich am Wärter? Bitte, was hat das Wärter zu tun? Also, das Fenster ist offen. Aber jetzt tüchzt es. Ja, dann bitte einfach, dass ich das sehe. Ja, und kalt ist es so. Dann sagst du das offen. Genau. Es ist aber kalt. Ja, gut. Jetzt machst du den neuen Abend noch. Okay, das habe ich. Hörst du es? Ja. Also, nochmal. Jetzt, ich habe eine Tablette mit Wäppchen. Mit den Karten. Ja. Und einen neuen Ordner. Ja, es wird schon passen. Lernst du es sagen? Ja. Es ist einfach, die Fotos, das Glück gewinnt. Oh, puh. Jetzt haust du gerne durch die Hand. Ja, Moment, wie Sie. Es ist nicht da mit Vorstand liegen. Was? Ich tue das einmal. Nein. Nein. Da ist nichts. Gut, das sei halt deutsch. Da dreht Papierkopf schon so. Papierkopf? Warte, ich loge einmal. Ja. Der ist jetzt nicht voll warm. Tatsächlich? Da ist Osti. Ja, doch. Den haben wir es ja schon. Gesteht es dir so? Nur Ost, nur Ost. Okay. Machen wir es einfach einmal mit dir. Soll ich dir nicht. Okay. Den kann ich es denn, will ich. gut. Gut. Also, jetzt ziehst du dir so ein Foto in den Ordner hinein? Ja. In die Lecker kann ich es, ja. Ja. Zuck und Sprung. Es ist stimmt. Ich habe es eben gekriegt. Passt. Den kannst du eigentlich gerne auch noch zur Tante Hose schicken. Was? Was? Ich kann doch nicht der ganze Ordner bei so einem Foto anschicken. Nein. Das macht man einfach. Das macht man so. Nein. Also, das glaube ich nicht. Dann hole ich das jetzt sogar. Nein. Das machen wir ganz kurz. Machen wir es heute. Bist du eigentlich gewinnt, oder? Ich glaube, du bist Safari, oder? Ach, Safari? In Afrika? Wie? Nein. Wie bist du Clues? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 사가 hat die Frau制 mitürztet' Vielen Dank.